hier was geht ab liebe leute hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von ramos xish wieso wir zocken team deathmatch bombe im chalet ok so lasst mal schauen was wir hier können so wem nach was fühlen wir uns jetzt doc hatte ich beim letzten mal genommen und das lieg funktioniert relativ gut ich würde sagen ich nehme ruck oder so leute kurz mal irgendwie alle meine handys mal durchchecken weil irgendwie habe ich eine zu hoher verbindung weiß gott warum so ich habe nichts verpasst weil irgendwie jemand rausgegangen ist reingegangen ist so jetzt habe ich einen ping von 440 what the fuck ich habe nichts verpasst das ist immer mehr was ist denn hier los gerade ich weiß erst gerade nicht warum der so hoch ist bei mir eigentlich müsste er jetzt immer niedriger werden bei mir ja standort der bombe in gefahr entsprechend klar das gerät ist das ganze große problem ist diese bombs hat es absoluter Mist der gegner hat eine bombe luke das gerät ist diese bombsite und zwar alle beide sind absolut scheiße what the fuck keine chance hier mehr weg zu kommen wer ist denn auf der anderen bombenseite ist da gar keiner mission gescheitert eigener trugneutral ja das war einfach mal eine frage das war scheiße und zwar so richtig ich verstehe nicht warum der bei mir so unfassbar hoch ist ich habe wirklich keine ahnung ich habe einen von 3 38 mal weiß habe ich einen in den 60er bis 80ern bereich das war ich habe einen en von auf 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 am besten zwei auf 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 in auf im Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Zehn Sekunden bis Einsatz. Okay, wenn ich die Bombenzeit bekomme. Entschärfer ist jetzt gesichert. Gelangt zu der Bombe und entschärft. Haltet nach anderen Ausschau. Wo wollt ihr eigentlich alle hin? Wollt ihr alle nicht durch die Garage? Wollt ihr alle hin? 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 Wollt ihr noch rein? Wollt ihr alle hin? Entschärfer ist online und aktiviert. Auf Position. Sprengsatz bereit. Ich suche nach Elektronik. Ein Gegner übrig. So, damit steht es 1-1. So, wisst ihr, was ich jetzt mal leu... Okay, damit hat sich das wieder erledigt, was ich machen wollte. Damit hat sich das schon wieder erledigt. Oh, ich hab voll den Schmerz nachher wie vor. Oh Leute, ich bin aufgeregt. Morgen ist Xbox Scorpio Projekt Scorpio Vorstellung. Ich weiß nicht genau, was man vorstellen wird. Ich bin extrem gehypt, muss ich zugeben. Ich bin gehypt. Bin mal echt gespannt, was sie kosten wird und wann die jetzt wirklich rauskommt. Vorher zur Motorsport sehen wir, ist ja schon so gut wie angekündigt worden. Soll für die Scorpio rauskommen. Bin ich mal gespannt, wie das aussehen wird am Ende des Tages. Alright, 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 alright. Wir haben keine Glocke, Leute. Also können wir uns vergessen. Ich hoffe, da steht jetzt keiner. Nein, nein, nein. Ah, du. Bitte fahr bei der Barrikade jetzt nicht. Don't, 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 don't. Okay, solange er mir noch einen kleinen Engel auflässt. Nein, 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 nein. Fuck. Ja, fuck. Die Gegner haben meine Bombe lokalisiert. Aufheindliche Aktionen vorbereiten. Hör mich um die Tür. Das Gerät ist platziert. Das Gerät ist für den Sensor 1. Was? Ich setze das Gerät ein. Pfeil zugewalt. It's cool. Okay. Oh. Hey. Ich hab gesagt, wir sind gefickt, aber das ist alles dumm. F**k, mein Slyfe. Shit. WTF, hinter mir. Ein Gegner verbleibt. Die Bahn ist draußen. Yes, yes, schaffst du. Der Schafer wurde zerstört. Erfolgreiche Mission ist ein Eingriff. Der Schafer zerstört. Get smoked, motherfucker. So, ich hab schon mal einen Kill. So Leute, jetzt machen wir das wie beim letzten Mal. Klatsch das mit Glas. Okay, beim letzten Mal war das nicht Klatsch, aber das haben wir verloren. Aber diesmal? Dieses Mal hab ich ein gutes Gefühl. Ich hab ein gutes Gefühl, dass es funktioniert. Wir brauchen jetzt noch zwei Kills. Wir werden irgendwie zwei Kills holen. Ich hoffe, ich denke, ich bete, ich glaube, ich denke, es schaffen wir irgendwie, hoffe ich zumindest. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Wir werden hier vier gegen vier machen. Ja, es passt wenigstens. Da unten sind sie nicht. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Warte mal, jetzt bist du. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Kamera work, baby. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Als ob er das wusste, du. Du kleiner dickass motherfucker, als ob du das gewusst hast. Gegner gerichtet, Esszimmer. Ich bin gerade ein bisschen planlos gerade. Musst du hier. Aber ich weiß auch nicht, was der Rest meiner Crew gerade tut. Okay, da haben sie das aufgemacht. Wo ist denn der jetzt reingegangen? Da ist es sehr gut. Wer ist da? Ich brauche mehr Inter. Drohne ist aktiviert. Ich brauche viel, viel mehr Inter. Und jetzt ein Intel werden wir uns jetzt mal kurz holen. Ich brauche mehr Inter. Ich brauche weiter. 콕. Wenn du da hast, dann hast du das hier sammelt. Aktiviere Drohne. Entschärfer wurde zurückgeholt. Entschärfer ist online und aktiviert. Die Gegner neutralisiert. Ein hoher Vollcrash. Dann werden wir zwei Zweig verlegen. Ich habe eine Herausforderung. Spiele 3 Multiplayer. So liebe Leute. Bis dahin haut rein. Und tschüss.